So Freunde, kommen wir gleich auf den Punkt. Schrottwichteln war gestern, Schrottwichteln ist heute. Was brauchen wir alles? Wir brauchen ein nüssiges Geschenk, Bierwürfel eingepackt, ein Würfel, ein Getränk und ein wenig Prost. Wird nun die Zahl 1 oder 6 gewürfelt, dürfen wir ein Geschenk ziehen. Haben wir ein Geschenk, dürfen wir das auspacken. Haben wir ein ausgepacktes Geschenk, dürfen wir mit einem Mitspieler unserer Wahl tauschen. Egal, welche Aktion ich ausführe, ich muss dabei eintrinken. Prost! Wenn ich mit einem Mitspieler meiner Wahl tausche, muss der auch eintrinken. Und ich natürlich auch. Prost! Würfel ich nun eine 3, wandert mein eingepacktes oder ausgepacktes Geschenk nach links. Würfel ich eine 4, wandert mein Geschenk nach rechts, sprich gegen den Uhrzeigersinn. Wird nun eine 2 gewürfelt. Soja, trinke ich und mein linker Mitspieler ein. Prost! Bei einer 5, sieht ungefähr so aus, trinke ich und mein rechter Mitspieler ein. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Würfel auf der Kippe landet, trinke ich einfach alle ein. Prost! Dann wünsche ich viel Spaß beim Spielen. Tag. pissed affel Play. .... ... ... ... ... ... Das ist schon gut.